Einen wunderschönen guten Tag, liebe Menschen, Frauen, Kinder und Katzen und Hunde, die uns alle zugucken. Alter, liebe Menschen, Frauen und Kinder. Oh, warte mal, okay, ähm, ja, da hab ich irgendwie die, ähm, also Männer, Männer sind dann Menschen, ja, okay. Dass es, äh, glaube ich, nicht so gewollt war. Nee, das war unüberlegt. Das stimmt. Oh Mann. Oh Mann, ey, ja, voll verkackt bei der weiblichen Zuschauerschaft. Ja, ähm, an alle weiblichen Zuschauer, die wir haben, es tut mir wirklich von Herzen leid. Ach ja, ich wurde ja letzte Nacht, ich bin ja vom Zaun eingeschlafen, ne, ja, okay. Oh, nee, hoffentlich hab ich nichts verloren, ey. Hab ich denn noch alles? Heute ist ja wieder ein Nachtmarkt. Baby, Baby, Nachtmarkt. Schon wieder, ach so, das geht mehrere Tage, wa? Ja, drei Tage, glaub ich. Ah, ja, okay, dann ist es ja doch nicht so sinnlos, okay, na gut. Hatte das nämlich nicht mal in Erinnerung, dass das ja auch mehrere Tage geht. Okay. Gut, gut, gut. Stimmt, stimmt. Und, äh, Perle, genau. Ich hab ne Perle, aber, ich, äh. Ja, aber, äh, deine Perle, die kommt ja aus Mitteldeutschland, ne, also. Ja, es tut mir leid, es tut mir leid, so ist es. Naja, kommt sie nicht, also sie wohnt gerade zur Zeit dort, ja. Okay, ja, stimmt. So, jetzt hast du schon mal bei allen, noch mal weiblichen Zuschauern, hast du jetzt schon mal verkackt. Direkt keine Fans mehr. Ja, ist vergeben. Ah, verdammt, ja, okay. Aber das ist das alte Ballgroup-Dilemma, so. Hey, aber scheiße. Ach, ja. Nein, ich hab aus Versehen ein Ei gegessen. Ach, verdammt. Ja, schön, hohe Eier zum Frühstück hier. Ja, richtig gesund. Ja, hier, Eiweiß-Shake, keine Ahnung, ich weiß nicht. Eigentlich ist das gar nicht so Eiweiß-haltig. Na, irgendwie, irgendwie geht das noch besser, das stimmt wohl. Egal, dafür machen wir jetzt ein bisschen Wolle hier noch. Wolle. Ach, Stoffnötelwolle. Und ein Ei haben wir auch noch über her, gut. Ich hab die Perle jetzt mal verkauft. Ich, äh... Ja, ich denke mal, dafür ist es da. Ja. Hättest du auch ins Museum legen können. Nee, sonst, äh, da hätte sonst was anderes gestanden. Ah, ja, gut, na gut, na gut. Aber stimmt, bei der merkwürdigen Puppe, die ich hab, steht auch nur, stehen auch nur drei Fragezeichen. Kann ich die irgendwie benutzen? Das kann ich dir nicht so ganz genau sagen, du. Merkwürdige Puppe. Ich weiß es nicht. Okay. So, wir hätten hier auch wieder so ein, zwei, drei, so ein paar freie Saatplätze frei. Aber ich hab keine Saaten mehr, hast du noch, haben wir noch irgendwo, ich guck mal gleich in die Kiste noch mal. Ja, musst du kommen. Als können wir auch beim Nachtmarkt welche kaufen, da war ganz viele verschiedene. Das stimmt, aber wollten wir nicht das Ganze jetzt erstmal so auf Sternfrüchte hier auslegen? Stimmt, hast du recht. Also eigentlich ist da jetzt nur noch das, was wir alles hatten da. Ja, genau, da müssen wir eben in die Wüste. Ich gehe ja heute mal in die Wüste, dann mache ich das mal. Genau. So, was haben wir denn heute noch hier? A2 Kürbis haben wir noch gekriegt. Eine uralte Frucht, okay. Zwei Sonnenblumen. Okay. Ja, ohne Artischocke, okay, weg damit. Hm. Ja, komm, dann fahre ich jetzt mal eben noch schnell zur Wüste und hole mal schnell Samen. So, was mache ich denn jetzt? Ach, ich scheiße. Du scheißt? Ach, du zockst jetzt vom Klo aus, okay. Ja. Ja. Ich sehe jetzt nicht so viel, aber musst du da unbedingt noch einen neuen Fernseher hinpacken, Monitor. Ja, ne, ist ja für unsere Zwecke gar nicht so verkehrt. Aber wieso scheiße Spie... Ach so, für unsere Zwecke, ja, ja. Äh... Was wollte ich denn jetzt machen? Ach ja, weiter ist es. Geile Minute. Was ist das denn? Da ist ein Kreis mit einem... Ich... Grünpunkt in der Mitte. Keine Ahnung. Ein Kreis mit einem grünen Punkt in der Mitte. Oh, ach, hinterm Gemeinschaftszentrum ist was versteckt. Das finde ich doch. Hm, 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 hm. Ach so, du gehst deine... Deinen entfernen, die sind da wieder nach. Ja, okay, okay. Richtig, richtig, richtig. Hinterm Gemeinschaftszentrum. Okay. So, ich gern Furchtzeit. Äh, kann man eigentlich auch mal wieder was auf Vorrat holen, woi? Denke ich mal. Ja, klar, auf jeden, ja. Machen wir mal so 100 erstmal, wo? Reicht ja dann erstmal. Toll, hier ist doch hinterm... Oh, fuck. Ist hier alles... Kann ich gar nicht. So, dann schnell wieder zurück, dann können wir das ja schon mal anpflanzen hier. Oh, ja. Und dann fängt ja auch schon wieder das Fest der Nächte an hier. Hm, Nachtmarkt. Nacht... Nachtmarkt, ja, Fester Nächte, Nachtmarkt. Ey, hier ist nichts hinter dem Gemeinschaftszentrum. Oh, äh, komm. Irgendwas mache ich falsch. Hm. Tatschön. Darf ich dir nicht verraten? Ja, ich weiß, ich weiß. Ich habe etwas hinter dem Gemeinschaftszentrum versteckt. Ja, okay. Ach ja, meine 6. Kaffee kann ich ja auch mal verkaufen, so ein Schwachsinn. Oh ja, okay. Ne, ich habe es nicht gefallen. Ach ja, es hat schon. Es hat mal wieder angefangen, na gut. Ja, muss man ja auch nicht unbedingt hin, aber... Nö, ich mache jetzt auch erstmal in Ruhe, erstmal noch reinpflanzen und so. Habe ich das schon mal hinter mir? Und dann werde ich da mal runter... Das ist ganz cool, dass alle da auch so hinströmen. Außer Willi, der geht ja weg. Naja, na okay. Zu viel Trubel zu Hause. So, ja gut, hier muss ich dann nochmal umgraben, aber das ist ja nicht so das Thema. Machen wir doch mal eben dann schnell, ne? Mist, jetzt habe ich den Sprinkel abgebaut, dich vollidiot. Sehr, sehr schlau. So, dem haben wir auch noch genug. Wunderbar. Na, mach doch. Okay, zack, zack. Ja, geil-o-Meter. Ja, mehr brauche ich auf dem Machtmarkt, genau. Eigentlich auch nicht. Könnte man da nicht irgendwie auch irgendwie Tiefseel fischen gehen oder so? Stimmt, das kann man auch. Das könnte man mal machen. Irgendwie ist das doch ganz... Obwohl, ob sich das jetzt noch da lohnt, dahin zu... Ja, komm, ich mach's einfach mal. Alter, Pferd. Mach mir nicht all... Okay, leck mich doch. So. Hm. Na, komm, gehen wir noch ein bisschen. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Na, wend. Na, wend. Ah, ich bin spät dran. Hm, ich weiß, ich weiß. Es lohnt sich wirklich fast gar nicht mehr, aber... Ach, ich muss um 0,40 hier in einen komischen Busch, glaube ich... Ah, okay. Ich weiß auch nicht, ob das immer gilt. Ach ja, das kostet ja auch 1.000. Ja, das gilt man wahrscheinlich gar nicht mehr da raus, weil... Ja, das weiß ich halt auch nicht, aber das ist doch genau... Das ist auf jeden Fall dieser Busch hier. Wart jetzt so lange. Und angel. Mach mal. So, mach mal gucken, was da alles so anbereist hier, ne? Ja. Ja. Ja, das ist mit dem tiefste Angeln, das sollte ich vielleicht einfach lassen, das kostet nur nötig Geld. Ich bin auch viel zu spät da hingegangen. Ach, das ist... Das ist nicht mein Lieblingsfest, muss ich ja sagen. Ach, kann man halt ein Gemälde. Ah, ja gut. Wie mir heben, Frau Schoß auch immer wieder. Das schönste ist immer noch das Eisfest, das gefällt mir. Hm. Ja, und vielleicht auch das Geister, Gespenster, wie auch immer, das heißt fest. Ja, ja, das ist auch schön. Stimmt. Ja, komm, das erkennen Sie, jetzt muss ich auch schon wieder aufhören. Jetzt habe ich zwei Algen gefangen hier und habe das 4000 bezahlt. Das hat sich echt gelohnt. Das ist echt komisch. Mhm. Das war jetzt blöd, weil Marni genau da... Aber ich habe um 0.40 Uhr bei dem Busch gerüttelt. Und plötzlich kam da, ähm, der Bürgermeister und Marni, äh, der ist ja hervor und so aufgerannt. Okay. Uiuiuiuiuiui, der Schlingel, ne? Ja, ja, gut, das war ja eh schon, war ja eh schon im Gespräch, dichs wieder so ein bisschen was zu gingen haben, ne? Aber... Ja, 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 ja. Naja, so heute kommen ja noch pünktlich ins Bett hier rein. Meine Güte, so. Oh, Sam ist nicht da. Oh, okay. Nach Dienstag saß der Öfter, glaube ich mal. Es stimmt, das war ja Dienstag, da ist er, hat er irgendwie keinen Bock auf zu Hause. Oh, 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 neue Sammelstufe, okay. Oh, ja. Und Teleport tot im Hof, okay. Perle, 2500, wow. Ja, ja, so viel. Ah, für einen, ne? Wir haben auch noch nie mit so viel, mit Kaffee so viel Geld verzieht. So ein Blödsinn auch. Ja gut, kann man machen. Entschuldigung. Ah. Ist ja nicht schön, du. So, ja, heute wird aber definitiv kein Geld mehr ausgegeben. Heute wird nur wieder ein bisschen Geld gemacht. Ja, wo häng ich denn jetzt das Bild hin, verdammt noch mal. Wie passt das denn wohl? Da hab ich auch, da hab ich auch ins Museum, die einzelnen Bilder, ne? Eigentlich ja, ne? Aber hier sieht das eh noch so Kalos, wenn ich das dahin gehen könnte. Ja, ich denke mal, häng gerade auch eher. Ähm, kann ich dir nirgendswohin hängen? Wieder ins Kinderzimmer, noch in diesem Flur? Ernsthaft, dann kommt es doch, ne? Ja, eigentlich schon. Ja, auf Ex und oder vier, entweder, ne? Die Ecke. Vier Ecke, ja gut. Äh, noch mal gucken. Kannst du mit dem Rechner halt dahin zeigen, wo das hin soll? Also mit dem Rechner Logstick. Ah, das war der Fehler. Alles klar. Okay. Ja, machen wir das. Ja, ja, so hier. Das sieht doch ganz schön. Oder direkt neben der Hände, direkt neben das Fenster. Okay, hier. So, ja, ah, schön, schön. Okay. Gut. So, jetzt aber hier, äh, anfangen zu arbeiten. Na, nun leer. Ein paar Zäune zu reparieren. Ja, das ist doch mal sinnvoll, Lea. Oh. Die Zäune reparieren. Sehr, sehr gut. Definitiv den falschen Typen. Ja, vielleicht. Ich glaube, ich muss mich mal scheiden lassen. Aber das ist teuer, glaube ich. Hm, na ja, gut. Ich gucke mal, wie teuer sowas ist. Aber wer würde denn dann so vorschweben? Hm, das wäre die andere Sache. Ich meine, äh, wenn ich Lea nicht hätte, dann würde ich ja die Hayley auch ganz attraktiv finden. Ach, die Abigail wäre ja auch noch was. Abigail kann man auch machen. Aber es gibt ja auch noch ein paar schnuckeliöse Typen. Äh, ja, das auch. Das ist natürlich auch. Oh, Amy ist ja auch noch. Kann man mit Shane zusammenkommen? Ja, habe ich auch gerade schon gedacht, dass wir nämlich auch was. Aber dann, äh, habe ich hier einen relativ nah bei mir wohnen, der mich überhaupt nicht leiden kann. Das wäre auch uncool irgendwie. Du hast ja recht, ich sollte Shane nehmen. Ja, ja, danke schön. Ist ja sehr nett von dir. Naja, aber wir brauchen einfach nur mehr Bier, was wir ihm schenken können. Ja. Der unser bester Freund. Gut, das stimmt. So, jetzt ist Gold aber wirklich erstmal hier auf dem Abstellgleis. Das machen wir erstmal wie ein bisschen Eisen und Kupfer. Keine Ahnung, ob man so viel von dem Zeug überhaupt braucht, aber... Na ja. Von welchem? Entschuldigung. Gerade nicht auf dem Ries gelesen. Ich bin gerade so im Barrenherstellung. Ich glaube, wir haben so viel braucht man alle gar nicht bescheidigt. Aber ja, gut. Ja, erstmal können wir echt unsere Sachen mal auffinden hier. Ich habe immer noch... Ich weiß nicht, ob das ist eine bessere Hacke auch irgendwie. Ja, voll. Findet man da noch bessere Sachen im Boden. Das wäre ja was. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, wa? Oh, das wäre ja noch eine Überlegung. Ja, das stimmt. Ja, so ein bisschen neues Werkzeug. Ja, da brauche ich zwar jetzt nicht so oft im Moment gerade, aber ja wohl, warum nicht? Ach, hier auf den Höheren sind ja auch... Ich hatte die ganze Zeit... Sind ja doch auch immer Fasern. Die sehen halt nur nicht grün aus, ne? Ja, da kann ich wohl noch welche von... Kann ich immer gebrauchen. Äh, ne? Wolle haben wir jetzt echt. Das ist krass. Äh, sehr, sehr krass. Ja, ich glaube, dann gehe ich heute nicht nochmal auf das Fest da drauf. Dann, was habe ich mein Gemälde gekauft, was soll ich da... Mensch, ja, weiß ich nicht. Was mit dem Fisch Gemälde kaufen? Ach, heute gibt es ja nochmal ein anderes, der noch... Ja, okay, stimmt. Ja, okay, vielleicht gehe ich ja gleich da nochmal rein. Warum ein bisschen langsam anfangen, das Haus zu verschönern. Ja, okay, ist ja richtig. Arsch, du ja, recht. Von dem Arzt kriegt man auch so wenig mit, ist ja nicht auch ledig? Ja, von dem Arzt kriegt man wirklich, ne? Und immer, wenn ich da mal reingehen will oder vorbeigehen will, dann ist der überhaupt nicht da. Also, ne? Stimmt, da kriegt man richtig wenig mit von dem Arzt. Ich glaube, der... Ja, irgendwo... Widerstands in den geheimen Notizen, oder? Ich will es mir einfach sowieso verbranen. Ja, das war eigentlich... Ja, glaube ich, ich weiß es nicht. Wein, oh, da können wir bestimmten... Denen, oder? Wir müssen mal wieder welchen machen. Na gut, dann gehen wir heute noch mal ein Bild kaufen und dann, warum kann ich denn jetzt nicht auf mein Pferd drauf? Was soll jetzt aber? Können wir nochmal zum Schleim, steigen wir eben gucken, genau, schon länger nicht mehr. Oh, vielleicht sollte man da mit Wasser mal wieder... Oh, ja. Ja, die sind wahrscheinlich jetzt alle schon tot und die Schleim... Gott, ich weiß nicht, oder die geben halt eben diese Bälle nicht, die vielleicht irgendwie Kohle geben oder so. Auch sei. Kann ich ja mal gucken, aber da nehme ich schön mein Schwert hier mit. Immer noch keine Zäune, da richtig, da, um die einzunehmen... Naja, wir haben ihn ja nicht, haben wir nicht, haben wir nicht. Haben wir nicht, haben wir nicht. Das haben wir nicht. Ja, wie gut das... Ach, der Bürgermeister damit, Mann, 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 Mann. Ja, so ein... So ein Sauhund, ne? So ein Sauhund. Man sollte eine goldene Statue von ihm errichten. Ja. Nein, ho ab, du Schleim. Sterbe ich jetzt in meinem eigenen Stall? Nein, das ist jetzt nicht wahr, oder? Hau ab, Mann. So, okay, wir sind auf jeden Fall noch ein paar neue da in dem eingezäunten geschlüpft und ich habe mal eben nur das Wasser gegeben. Ja, soweit. Dann werde ich mich jetzt nochmal aufs Fest der Dingens begeben. Fest ist es ja, Nachtmarkt. So, so war das nämlich. Nicht anders. Kaufe ich aber heute nur eben das Gemälde und dann haue ich da wieder ab. Jetzt wird mir das zu spät. Na, nahtend alle zusammen. Na, und, und, und. Na, was geht? Wo ist der Zauber auch da? Oh, hab ich bis jetzt noch gar nicht gesehen. Und, ja, wenn ich heute Geburtstag... Oh, okay. Okay, ein Bild mit drei Bäumen drauf. Oh, ist klar. Das ist ... bei mir hat er kein gemälde was er verkauft konnte man das jetzt nur einmal kaufen ich weiß nicht vielleicht habe ich auch schon alle gekauft die er so sowieso hat wenn er aber nicht vorstellen ja ich habe ja vorgestern auch schon gekauft ich habe keine ahnung na gut dann auch nicht na gut kann man nichts machen kann man jetzt noch nicht kann man wohl nichts machen doch dann kommt das bild jetzt hier so hin ja schön 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 kommt schon so ok duke abkommen gehen wollten jetzt habe ich heute schon alles sowohl ich könnte noch einmal in die höhle reingehen aber jetzt auch schon nicht mehr hast du noch faser ich habe noch 17 faser dann gucken wir uns rechts dann ist jetzt noch mal ja geil ok ok ja dann kann ich ja gleich sogar noch mal maschine herstellen kannst du die ganzen steine noch was schön was mal ja habe ich tatsächlich hast du da war noch so wenig ich brauche viel viel mehr was den steine da kann man halt diese treppen bauen ja erwartet aber ja gut ich deine bräuchte ähnlich kann ich denke mal gerne truhe legen weg damit so und fasern oder doch schon wie eine neue maschine oh ja ein wegstuhl sehr schön nach immer dasselbe so oder noch ein bisschen fluss hier angeln gehen schöner abschluss vom tag so es ist ja so ein arschloch fisch okay dann war es das mit dem angel jetzt läuft im moment nicht so gut keine zeit mit ja alles klar so war der zweite tag oder der zweite tag jung war der zweite tag alles klar dann gucken wir doch noch mal leben kann man machen kann man machen das kann man alles machen ja dann scheiß mayonaise ist doch echt mehr wert als stoff glaube ich obwohl das waren jetzt nur vier gegen sechs aber doch nicht jetzt ist es tatsächlich dass wir die wolle irgendwie tatsächlich nur so aber was mit können wir denn mit dem stoff dann machen ja ja stoff ist eigentlich hochwertiger als wolle eine wolle ja aber wenn die wenn die wolle halt irgendwie auf die da ist ich weiß ich keine ahnung er stimmt ja stoff ist ja immer nur standard dann vielleicht kann ich ja den nächsten mal die wolle mal wieder so zu verkaufen das mehr geld bringt ja eben ja machen wir brauchen ja gerade im moment kein stoff werden wir schon unsere sind mühle dann können wir das ja machen alles klar dann verkaufen nächstes mal wolle kauft euch auch einen schönen wollscharfteppich für alle tierschützer euch das ist mir sowas von egal die sehen schön aus und ja dann bis zum nächsten mal